Hallo, hallo, hallo. Wir spielen wieder ein wenig Entschraudet. Weil ich da voll Bock drauf hab. Aber ich hab schon mal ein bisschen was gemacht. Und zwar... ...ein kleines Lagerhaus zu Beginn. Also hier wird einfach nur... ...Wohnraum sein, dass wir regenerieren können. Dann machen wir hier Lagerfläche hin und hier... ...Werkstätten. Irgendwie sowas. Aber vorher... ...wollte ich hier hin. Ups. Okay, das läuft alles. Das ist schon mal gut. Ups. Okay, das läuft alles. Und ich hab... ...den Server gewechselt. Also... ...save game ist immer noch drinne. Aber... ...wir spielen jetzt auf einem anderen Server. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh oh, ab in die Kacke. Oh oh, ab in die Kacke. Oh, Ziegelstein Fachwerkhaus. Hallo, Lala. Oh oh, Ab in die Kacke. 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 Oh, Ab in die Kacke. Und wieder einbrechen. 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 Ich arbeite schon an der nächsten. Also gibt es auch noch mehrere Stufen von Drohnen. Und wieder einbrechen. Und wieder einbrechen. Ich will nichts mit anfangen. Und wieder einbrechen. Und wieder einbrechen. So. Und wieder einbrechen. Und wieder einbrechen. Oh. Oh. Und wieder einbrechen. So. Und wieder einbrechen. Und wieder einbrechen. Okay. 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 Und wieder einbrechen. 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 Kevinsruhe sind wir. Hier graben Kreaturen und sind zu einer Protonung für unser Überleben geworden. Sie arbeiten sich nach oben und erschüttern den Boden. Sollen wir unsere Posten aufgeben und uns die verhüllte Wildnis außerhalb unserer Mauern begeben oder sollen wir ausharren und uns den Kreaturen stellen, die unter uns lauern? Wir müssen diesen Ort sichern. Schließlich ist Kevinsruhe unser letzter Rückzugsort. Kevinsruhe Jo. Auf jeden Fall. So. Ich habe keine Ahnung. Die streamt heute nicht. Also die hat heute morgen gestreamt und Wollte vielleicht heute noch irgendwie ein bisschen zocken, aber ich weiß es nicht. Nice. Ja, ich hatte da heute auch ein bisschen reingeguckt. So. 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 Und. Die Vuka. Sollten die dies jemand finden, gib acht. Kevins Ruhe wurde von den Vuka überrannt. Wir haben tapfer gekämpft, doch die Bestien waren zu mächtig. Sie haben eine Aura überirdischer Stärke. Wer sich ihnen stellen muss, soll die Quelle ihrer jenseitigen Macht aussuchen. Die Statue, an der sie ihre elenden Göttern Opfer darbieten. Ob das ausreicht, um das Blatt zu wenden, wage ich nicht zu behaupten. Die Statue, um das Blatt zu wenden, um das Blatt zu wenden, um das Blatt zu wenden, um das Blatt zu wenden. Ich finde Minecraft geil. Aber ich warte, bis noch mehr bei Eusomods 10 rausgekommen ist und dann werde ich das spielen. Okay. Das war's. Das war's. Ja, muss ja auch nicht, ne? Also das ist ja das Gute da dran. Kannst du dir aussuchen lassen. Ja. Ja. Der seltsamste Besucher. Mein Sohn Jasper behauptet, in der Nacht hätte eine dunkle Gestalt einen Besuch abgestanden. Zu erzielt ich das nur für einen Traum eines Kindes. Aber dann, keine zwei Wochen später, erlebte ich selbst etwas Ähnliches. Er fühlt sich so real. Eine verhüllte Geschwalt geht über mir. Okay. Alter, dann kannst du noch nicht mal Leertaste drücken. Das war's. Genau. Das war's. Ah, das war knapp. 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 Und noch mal. Ah, das war knapp. 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 Und noch mal. ... ... Okay, okay. ... 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann laufen wir eben draus. Was ist das? 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 Oh? Und das? Was ist das? Was ist das? Und das? Und das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was? 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 Was ist das? 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 Okay... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Und... Und... Was ist das? 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, der Spülmaschinen, die Spülmaschinen-Fee funktioniert auch nicht mehr. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Kann ich die mit Wasser abwerfen? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. 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 Ups. Ups. Komm, komm, komm! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, jetzt kommt es an die Hälfte. Oh Alter wird da viel Wasser verschwindet. 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 Oha. 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 Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So... 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 Oops... So... 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 bis zum nächsten Mal. 1 Zitzen Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich 1 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. 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 600 brauche ich. Das war's für heute. 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 Dann installieren wir. Das war's für heute. So. 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 und der Server wird auch gerade vorbereitet. So. 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 So, jetzt läuft hier gerade das Update durch. Dann können wir das Spiel schon mal starten. 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 Und dann können wir das Spiel schon mal starten. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Okay, kann ich den Server starten? Ja, so. Ja, so. Ja, so. Ja, so. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, music sound. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, Minecraft kriegt mich gerade auch nicht. Ah, ist das ein Rotz. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, ich glaube, ich hole jetzt noch zwei Sachen. Und zwar... Äh, was wollte ich jetzt... Das war's für heute. Moment. Oh. Oh. Ah, verdammt. Nochmal eben gucken. Stream hat sich nicht verschoben. Passt. Was ist das? Okay. 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 ist das... Okay. 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 Alter Schwede. Oh Gott, oh Gott. Okay. Ammoniak-Düse. Oh. Kriegsspanner bei Bart. Also da fehlt echt zum Teil irgendwie eine Anzeige, was für ein Level du gerade machst. Okay. 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 Oh. Okay. Oh. Okay. 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 Oh Gott. Wieso sind das eigentlich so viele Zauberstäbe und keine vernünftigen Schwerter? Okay, dann wieder zurück. Okay, dann wieder zurück. Dann wieder zurück. Okay, da komme ich wahrscheinlich auch erst hin, wenn ich hier durch bin. Dann kann ich hier langlaufen wahrscheinlich. Okay. Ich will mal eben gucken, ob wir eine Map finden. Okay. 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 Das sieht wirklich danach aus, als ob man da hoch muss. Okay. 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 Dann übernehmen wir den hier. Okay. 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 ม. Okay. 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 Was ist das? 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 Oh Gott! Holy! Ah! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich muss nicht sehen, aber ich höre sie. Ihr Herr, der Wächter des Norns, singen. Sein Gesang klingt düster und unheilverkündend. Bewegt sich der Himmel draußen? Nein, das sind die Wolken. Ein nebliger Schleier mit Streifen aus blauem Licht. Was um alles in der Welt? Ich wage einen Blick. Ich kann es sehen. Das Kopfsteinpflaster reißt auf wie fauliges Fleisch. Er zieht seinen Handschuh aus, bei denen er bauen. Seine Hände, sie sehen erfroren aus, tot. Wie konserviertes fauliges Fleisch. Hebt er da etwas auf? Ich kann nichts sehen. Noch ein kleines Stückchen weiter. Dann ist er rausgefallen. So, Map. Gibt es hier irgendwas mit? Oh Mann. Nee, schade. Okay. 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 Mal. Mhm. Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Gott. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, hier ist dann einfach nichts mehr. Das war's für heute. Das war's für heute. So, quest. Brücke der Erbauer. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ah. Vielleicht sollten wir einmal eben zurückreisen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ektoplasma-Block. Okay, dann machen wir ein paar Nägel. Das war's für heute. Okay. Das war's für heute. 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 Bis zum nächsten Mal. Machen wir das doch nicht. Machen wir das doch nicht. Oh, nee, ich hab den nur vergessen wieder anzumachen. Na, was geht? So. So. Weiß ich nicht. Und was geht bei dir so? Wieso willst du denn Drama? Okay. Okay. So. 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 Wow. Oh! Oh! Whoa! Whoa! Oh! Oh! Aha! Das war knapp. Ja! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Wahrscheinlich eher nicht. Okay, kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Ich würde mich da einfach dann aktiv zu dem Zeitpunkt würde ich das nutzen wollen schlau machen. Aber so sagt mir das leider auch gar nichts. Willst du den für den Server usen oder warte? Oh. Ich habe auf meinem Server nichts drauf. Aber auch nur weil ich die Server die da drauf laufen äh ich vorher eh händisch auf meinem PC habe und da werden die eh einmal gescannt. Ich kann nicht schlafen. Als ich dachte es sei klug auf der Baustelle zu übernachten habe ich falsch gedacht. Ich schufte bis zum Umfallen und stämme die Holzbeil ganz allein lange nachdem die anderen gegangen waren. König Gormander will dass dieser Turm fertig wird bevor die Truppen aus dem Norden einfallen. Ich glaube das wird nicht viel ändern, aber wen kümmert es was ich denke. Als ich kurz Rast einlegte schlief ich ein. Was folgte war entweder ein Traum oder eine Warnung. Der Boden bebte. Eine tiefe Vibration rhythmisch und weit entfernt heilt in meinem Ohr wieder und spaltet die Gedanken in meinem Kopf wie eine gigantische Flutwelle. Morgen werde ich nochmal bleiben. Ich muss bestätigen dass es nur ein Traum war. Das war ein Traum war. Das war's. Na ja, dein Server hängt ja auch am Netz und Deiner muss ja auch seine Updates bekommen, die laufen haben. Na ja, Steam läuft nur dann, wenn der Docker Container läuft und dann zieht er sich einmal vom Steam Server selbst die Sachen runter. Und sonst ist er eigentlich internettechnisch beschränkt. Der Turm ist es nicht wert. Wenn jemand das hier findet, schick es direkt an Gommander. Ich und mein Junge sind fertig und wenn ihr denkt, wir kommen wieder, könnt ihr das knicken. Zuerst dachte ich, ich höre die Nordarmee einmarschieren. So furchterregend dieser Gedanke auch ist, was ich sah, war noch viel albtraumhafter. Ein einäugiger Riese steigen von ihren Berggipfeln herab und sie bringen den Gestank von verbrannten Fleisch und Verwesung mit. Ich kann hören, wie sie gemeinsam durch das Tal unter mir bewegen. Ich weiß nicht, wohin sie gehen, aber ich werde nicht bleiben, um es herauszufinden. Kriegerhose. Nee. Äh, die... ...löse ich aktiv aus. ...löse ich aktiv aus. Ich kann nicht glauben, dass sie mein Maultier und meine Münzen konfisziert haben. Jetzt muss ich geschätzte... ...jetzt muss ich, geschätzter Magistrat, zu Fuß gehen. Was für ein niederträchtiges, schmutziges Schicksal. Ich sollte ihn als Dank für die Verbannung einen nach dem anderen in den Kopf abreißen. Meine Beine machen schlapp, also war ich gezwungen, mich auf diesem Friedhof auszuruhen. Die erloschenen Schreifen draußen, aber ich habe mich nicht bemerkt. Es sei denn, sie sehen mich als Teil ihrer Sippe. Oh, ich zitter. Eine unerbittliche Kälte macht sich breit. Nein, das muss das offene Dach sein. Ich bin nicht wie die. Ich werde mich nicht verwandeln. Darius. Ich weiß nur nicht, ob mein Server wirklich dafür... Also ich bin mir unsicher mit dem Server. Also ist eine gute Option, das da drauf zu setzen. Keine Frage. Ich habe es nicht. Weil der sonst nicht aktiv im Netz hängt. Und nur zu Zeitpunkten von Updates ins Netz gehoben wird. Und auch zu Zeitpunkten von Updates. Was ist das? 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 Heldenschild Was ist das? 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 So? Was ist das? 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 Kämpferstiefel Kämpferhose 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 Was? Du bist die Die Und ich sage Es ist wie Exploration Ja aber jetzt habe ich nur sehr konservativ Ich habe meine Mods auf SE abgestimmt über die Jahre so magst du sie nicht Ja, aber dann musst du mitunter Versionsupdates vom Hauptspiel verändern. Naja, du kannst wahrscheinlich das Spiel nicht auf dem aktuellen Stand spielen, weil die Mods, die du verwenden willst, noch kein Update erhalten haben oder überhaupt keine Updates mehr erhalten. Okay. Ich spiele aktuell Version 1.1.109, Updates nicht durchführen, bestes Beispiel ist Nanobot Build and Repair läuft nur weil jemand anders was dazu gemacht hat vom Original Autor ist der Mod tot, genauso wie Gravel Sifter. Ok, ja also, das kennt man halt auch von Minecraft zum Beispiel. Deswegen dann viele Mod Packs auf einer alten Version noch laufen. Dann kommt der Mod Packs auf einer alten Version. Dann kommt der Mod Packs auf einer solchen Version und dann kommt der Mod Packs auf einer neuen Version. Untertitelung des ZDF, 2020 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 What habt ihr denn so gespielt? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Little quests and I'm scouting the area And what did you do? What did you play or did you watch videos or something like that? Ah, nice I just got to level 11 and did an altar Did you do dungeon 2 or Hello holes Yeah, I did it with another character but at the moment we want to upgrade our gear and then we want to start to tackle Hello holes But Solo is very impressive aggressive I did it with level 22 I was very under leveled you got this Yeah That was my first sword first sword Oh level 9 Oh I'm very sorry about that This must be really stressful This must be really stressful I 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 hier auch den Bonus haben, falls wir erkunden wollen. Aber Manni wollte dann hier oben drauf bauen, ihr Haus. So, und das geht dann bis hier. Die Grenze ist dann hier. Aber hier wollte sie bauen und ich dachte ich baue hier hin. Über das Shit Hole. Weil ich fand den Weg hier ganz geil und dass da so eine Art Bauernhof ist. Und dann könnte man hier auch noch andere Einrichtungen hinsetzen. Zum Beispiel hier in in den Wald. Ja, genau. Hier irgendwie an diese Höhle zum Beispiel die Jägerin-Hütte oder so was. Oder da oben drauf. Ich glaube, das wäre auch ganz cool. Irgendwie sowas. Überhaupt noch nicht. Aber ich habe schon äh deswegen hatten wir da jetzt auch noch nicht gebaut, weil es halt noch nicht so viele Blöcke gab. Aber jetzt haben wir ja schon das ist jetzt unsere Anzahl an Blöcken, die wir bauen können. Und ich fand und den hier finde ich cool. So. So, ich weiß noch nicht, wie genau ich mein Haus bauen werde, aber ach verdammt. Wenn man zum Beispiel das ist Katakomben, das ist Stadtmauer. Stadtmauer, Katakomben. Katakomben finde ich halt cool. Und Genau. So, aber das finde ich halt schon geil, dass wir jetzt, äh, die Ziegelblöcke hatte ich vorher noch nie. Deswegen die finde ich ganz cool. Und das könnte man halt, äh, ein bisschen integrieren. Was ich noch gucken wollte, war wenn ich jetzt, ähm, veredelte Holzplanken nehme. Das will ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ja, okay. Man muss das dann vorher entfernen und dann kann man es wieder setzen, ne? Das heißt, Ja, also eine Idee, die ich hatte, war ich wollte mit mit der hier festlegen. Ich wollte so etwa auf diese Höhe. eine Idee, die ich hatte, war ich wollte Ja, also das muss ich noch gucken, aber ich fand die schwarzen Blöcke hier halt geil. Und ich wollte damit das Haus erhöhen. Ich weiß aber noch nicht, ob das hier vielleicht doch schon ein bisschen zu hoch ist. Eher die Höhe oder die Höhe? Eher die Höhe. Irgendwie sowas. Und dann, ähm, vielleicht das. Also die Stadtmauer. Dann das dransetzen, weil das finde ich ganz cool, dass du so eine so einen Übersprung hast. Das sieht doch schon geil aus, oder? Und dann so eine Art Herrenhaus hier rein und dann hast du halt das hier. Und dann das wäre dann unten so Werkstattbereich und oben wäre dann Wohnbereich oder sowas. Und das andere, was ich jetzt noch gucken wollte, war was man natürlich noch ausprobieren kann, wäre das wäre die andere Option. Die Treppe noch tiefer setzen? Aber was ich dann auf jeden Fall noch machen wollte, war einen Keller dann zu bauen. was natürlich auch dann man kann auch noch unterschiedliche Farben an Böden nehmen. einen zu mentorship shoppen Okay. Was ist das? Vielen Dank. Ja. 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 Oh, ich hab ne Idee. Das wird hart nervig. Ja. 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 Jaa. Ja. 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 Ich glaube, das wird ganz cool. Vor allem das hier finde ich ganz cool, weil es einfach aussieht wie wirklich so ein frisch eingerichtetes Lager. Und das hier sieht aus, als ob es in die Landschaft gehört. Das finde ich geil. Ja, da gucken wir mal. Eigentlich müsste es ja nicht, weil es ist ja eigentlich alles friedlich. Oder? Oh, sechs. So, wenn du eine verdammte Gegner hast, okay. Maximale Anfänge, die du deine anfangen kannst, wird um zehn Prozent erhöht. Durchbruch, eine Sekunde, wir haben eine Kaffee, aber wenn zwei, okay. Und dann schüttle ich dich. Okay. Ich mache einen Kaffee. Eine Kaffee. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, ich wollte noch mal was ausprobieren. 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 Naja, aber ich würde jetzt für heute Feierabend machen und dann morgen, ich denke mal mit viel Grind und Ressourcen sammeln anfangen und vielleicht dann auch noch beginnen, vielleicht als erstes das Feld hier bauen, dass das gut implementiert ist und anschließend mit dem Bau von meiner Hütte anzufangen. Ich denke morgen fange ich um 15 Uhr an. 15 Uhr, ja. Und dann machen wir einen fast 100%igen Bau- und Grindstream. Hier dann ein Feld hinsetzen. Ja. Und dann da hinten mit dem Haus anfangen. Und die Häuser für die Leute würde ich nur deko-technisch bauen und würde dann einfach irgendwo vielleicht mit Manni zusammen ein Gemeinschaftshaus bauen, was vielleicht direkt an dem Teleporter angeschlossen ist, wo dann die ganzen Leute stehen. Irgendwie sowas. Ja, genau. Das ist so die Idee. Vielleicht ein bisschen macht Manni morgen auch mit. Mal gucken. Und sonst machen wir Dienstag hier dann weiter Dienstag, dass wir hier das nächste Gebiet vorstoßen. Irgendwie sowas. Genau. Aber... Äh... Ja, also ich würde dann jetzt Feierabend machen. Ich wünsche noch ganz viel Spaß bei zum Beispiel No Man's Sky und so weiter. Weil ich das gerade gesehen habe, dass die Zuschauer das angefangen hat zu spielen. Und... Morgen werden wir dann... Äh... Ja. Einfach grinden, 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 bauen, grinden, bauen. Mal gucken, wie viel Spaß das am Ende dann noch macht. Hahaha. Okay. Dann... Gute Nacht euch allen. Einen schönen Abend. Und... Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.